kleines online game was nach hier ist ja von wie ist das von squid game nach empfunden da kannst du das squid game nach spielen aber ein schlecht squid game ein schlecht ich kann mich jetzt an dich anziehen und du musst jetzt hier dich warte ich stehe gerade so gut auf dir stehe gerade so gut auf dir kann ich aber erstens nichts machen und zweitens du musst du dich jetzt an mich anziehen ah sehr schön na verdammt schade ich komme hinterher nein nein hast du dich gerade ernsthaft zweimal mit absteigen mehr oder weniger umgebracht ja ich kann keinen doppelsprung machen wieso das nicht wenn du auf meinem arsch klebst ich bin nicht ganz sicher was wir tun sollt ach nee kannst du dich da hinten ab ach kannst du springen und ja genau das ok ich kann auf dich drauf dann kannst du springen dann kann man doppelt das haben wir gerade versucht ich kann keinen doppelsprung machen wenn du auf mir drauf bist siehst du wir machen einfach einen sprung ich mache den zweiten sprung ja hier und jetzt ich ja das könnte klappen das haben wir gerade eben probiert das könnte klappen wenn ich ein bisschen besser springen steck du mal auf mich drauf steck du mal auf mich steck du mal auf mich drauf wir können auch gucken was der eigentliche Weg ist wie zum Beispiel hier rüber das ist eventuell der richtige Weg und dann ziehen wir uns einfach gegenseitig gehst du bitte wieder rüber dann können wir uns einfach so anziehen von drüben in die Mitte das geht weißt du dass das so funktioniert ja so ist das gedacht das wurde gerade gesagt vom spiel ok du musst nur bescheid sagen aber dann muss ich gleichzeitig sagen ich mache noch schnell dieses jump and run bleib bitte einfach auf dieser Seite ja ich will das denn heute eigentlich noch schaffen und ich muss dir noch dein anderes Zeug fertig machen von daher also 3 2 1 ah sehr schön und weiter gehts äh ich kann hier ich habe hier so ein Ding zieh dich mal zu mir geht nicht wirklich da ist ein Schneesturm dazwischen zwischen dir und dem Team nein geht nicht ich muss mich hier ran ziehen ich muss mich hier ran ziehen äh ja ich zieh geht nicht ja das kannst du auch nicht das habe ich gerade versucht zu sagen zieh dich nicht es dauert an mich ran wir müssen das hier auch irgendwann schaffen ich kann mich an das blaue an an das blaue kann ich nicht ran dann komm an das blaue nein jetzt kannst du an mich ran jetzt kannst du an mich ran und jetzt weg und jetzt ziehst du dich bitte ans blaue hier vorne ran nein nein warte 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 jetzt bleib erst bei dir das blaue oder das rote das du hast dich gerade an den Blouse rangezogen das rote das rote gleich hier vor uns das schaffen wir nicht das habe ich gemeint das habe ich gemeint das hier das hier oder moment warte 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 ich bin ich bin da ja so das geht weiter 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 wir können es zusammen machen ah wir kämpfen es zusammen der ziehe ich jetzt runter ich versuch es ok komm her durch den Tunnel ok ok da ist ein Koffer auf der anderen Seite ok also ich kann an das rote ran na komm jetzt hier nimm nein wir müssen irgendwie mit da an die andere Seite kommen ich kann an das rote hier komm ja cool das bringt ja aber nichts weil der Sturm hört hier nicht auf ok vielleicht wenn wir uns einfach so vorarbeiten und du musst das doch gehen ja ich habe ich ein rotes was haben wir nicht wie soll man das machen so vielleicht ich habe keine Idee ich habe keine Ahnung wie wir das hier machen sollen also sorry wirklich nicht kannst du dich an das rote ziehen ja kann ich und dann da irgendwie nah näher ran ne ich werde hier weg gewesen ach du kannst auf die andere Seite gehen jetzt jetzt gehen nach links ja nach rechts rechts ja geht nicht in der Zeit wo es noch hält und jetzt geht es einfach direkt nach rechts 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 ja hier ist die es wünscht du ja genau komm rüber nice rüberkommen kann ich rüberkommen kann ich kannst dich auch nicht hoch ach so ja ne da ist ein roter Magnetenweg ich kann mich nur zum roten Magneten ziehen dann geh halt mal weg vom roten Magneten und zieh dich einfach hoch so jetzt hier äh nö ah sehr schön gut irgendwie hat es geklappt irgendwie hat es geklappt das ist schlecht das ist schlecht das ist auch gut nein nein ich bin tot okay wir müssen sehr weit hier und dann ja 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 nein so nicht das geht wo müssen wir eigentlich hin in die Mitte oder was ja in die Mitte also das würde ich vielleicht auf die andere Seite stellen wir machen wie das Verbindungsding uns wie geht es das hin ich meine wir könnten aber ich will das jetzt aus Prinzip schaffen so nein das schaffen wir nicht ich gehe auf die andere Seite ich gehe auf die andere Seite ich gehe auf die andere Seite ok 3,2,1 und anziehen das hat geklappt ein war nichts scheinst du ein Fahrstuhl es ist ja kein Horrorspiel also funktionieren die Fahrstücke wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft wir haben es geschafft ja das war gut das wäre es ja vorbei ja das war ja es ist winde hier ja oh meine Haare hat gerade gepumpt oh ja ja oh 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 Eine unangenehme Stimme. Eine wunderschöne Aussicht über Snowland. Ja. Das war die schlimmste Aussage in der Geschichte der Aussage. Nein Cody. Ich bin nicht interessiert über die Worte. Wer ist das, wie du es handelst? Aber ich versuche, dass ich ein bisschen zu stutter das ganze Gefühl habe. Das ist einfach die Discord-Tonspur. Dann müsste ich aus dem Spiel raus. Ja. Hallo. Ich meine im Nachhinein. Im Nachhinein habe ich nur zwei Tonspuren. Eine ist meine und eine ist das Spiel. Und du. Stimmt, da gibt es natürlich nur zwei Tonspuren. Du bist das Spiel. Ich bin alle Spiele. Ich kann nichts rausschneiden, was du irgendwie, was du sagst, oder. Da kann ich natürlich anders schneiden. Das heißt, ich könnte dich jetzt einfach auf YouTube bannen lassen. Wenn ich will, weil du es nicht rausschneiden kannst. Ich kann es natürlich rausschneiden, aber dann schneide ich was vom Spiel mit raus. Vor allem interessiert dich die Story wirklich. Die kennt doch eh jeder. Ich will die Zwischensequenzen sehen. Meine Fresse. Ist ja gut. Und die nächste Therapiesitzung. Ja. Jetzt kommt der Garten. Der Garten ist cool. Was machen wir jetzt noch, oder? Ja. Zumindest so bis... Weil du hast deine Fresse, Cody. Das ist ein Fresse. 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 Ja. Das ist ein Fresse. Das ist ein Fresse. Ja. Das ist ein Fresse. 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 Aber hier wird es bestimmt eingeben. Ja. Ja. Das ist ein Fresse. Ja. 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 Himmel wensicht ja oder nicht. Und die Drill vermissionen, oder nicht? Du machst Sachen kaputt, ich mach Sachen. Wir haben auch ein Ungeziefermittel. Ich kann hier voll spritzen. Ich glaub du spritzt Wasser, aber ich glaub du musst hier mit dem Nahkampf ran. Hammer und Sichel. Und da platzt der Pickel. Was gibt's hier in der Ecke? Ah, in der Ecke also. Ah, schade. Fendi Fire ist wohl aus. Das ist ein Spielüberscheidung. Fendi Fire ist die ganze Zeit über am. Aber nur verbal. Okay. Ah ja. Ich glaub du musst den Pickel kaputt machen wieder. Muss das? Ja, den da. Siehst du, da wo ich hinzeig. Den. Den Pickel hier. Den hier. Den hier. Den Pickel mit dem Ast auf dem Kopf. Ja, jetzt schlag einfach drauf. Oha. Oh. Stimmt, hier war was. Ich bin ertrunken. Ah, hier muss ich spritzen. Warte. Spritz mal. Ich kann gießen. Jetzt kannst du die Pflanzen nutzen. Nein, ich kann die Pflanze sein. Ja, das ist großartig. Ähm. Wo bin ich hin gekommen? Ich glaub ich muss auf dir. Ich brauch dich, du musst. Ne, ich brauch dich. Achso, ne. Doch, ich brauch dich glaub ich irgendwie. Ah lol. Okay, ich weiß auch wie. Ich muss auf dir fliegen. Du musst... Nein. Achso, du musst das weiter runter machen für mich. Ah, ja. Danke, Cody! Ich mach doch mal den Pickel kaputt. Die Dinger sind halt so widerlich. Ja. Langsam sterben lassen, würde ich sagen. Let's do it. I don't know! I can't believe how much it spread. That's how infections work. I know, but how can it take over this fast? We need to get rid of them. We have to save the garden before we die. Oh yeah, locked and loaded. Well, show me what you got. Oh Gott. Kann ich nicht kaputt machen. Also kannst du den Weg frei machen. Hier gibt's Gegner. Wie gesagt, Plants vs. Pflanzenzombies scheinbar. Ich bin dabei. Ich kämpfe. Ich glaub wir haben alle. Ja, ich seh da noch was. Leider aus Erreichwaltung. Ja. Ja. Das wird ihnen教en, um zu weg von meinem Garten zu bleiben. Du hast es geklappt, Cody. Oh ja. Taktus-Style. Okay, haben wir ein Kürbisbeet, das wir ruinieren können. Zack. Oh, ich hab auf. Wahrscheinlich eher Erdbeben. Erdbeeren, ja. Kürbis haben nicht diese Größe. Ich glaub es sind Tomaten. Sehr, sehr alte Tomaten. Ich kann mit Ninja-mäßig zur nächsten Frucht. Ich kann hier. Zack. Zack. Anvisieren und an. Ja. Ich theoretisch auch. Dann spritz ich mal ein bisschen. Dann spritz mal ab. Ich wachse in der Zeit. Ja, hier musst du den Weg frei machen. Wow, du bist so schön, Cody. Ich weiß, richtig? Oh, und ich denke, ich kann dir helfen. Jetzt mach ich mal den Weg frei. Müsste. Müsste es drüber kommen. Nein, hier. Modi. Da drüben. Hier. Das Gestrüpp. Da ist Gestrüpp hier. Siehst du auf meinem Bildschirm? Da. Ja. Ja, dafür musst du hier drüben hin. Hä? Ja, aber ich kann nicht auf dich drauf. Das ist... Ja, Moment. Du kannst gleich. So. Ne, eben nicht. Oh Gott. Ich hänge. Ich komm nicht auf dich drauf. Du musst hier mal das... Geh mal rüber zu dem Gestrüpp hier. Zu dem hier. Ich muss geschickt. Wachsen. Hier. So. Über die Blätter kommst du rüber. Ne. Kannst du auf meine Blätter springen? Ne. Kann ich nicht. Siehst du die gar nicht oder... Ach doch. So. Da hinten. Wo sind da... Ne. Das ist... Ne. Das ist... Die sind zu weit weg. Alles klar. Die sind zu weit weg. Du musst hier zwischendurch mal ein bisschen... Fangierisch mal an mit dem... Ersten Platz. Ich kann die... Ich kann die nur auf einer einzigen Position machen. Und das heißt, ich muss einmal... Was hast du vor? Ja, ja. Das hier. Ach so? Ja, gleich. Ich versuch's. Ist ein bisschen knapp, aber... Bist du dazu fähig? Okay. Gut. Dann... Mal nicht. Mal gucken. Okay. Ich... Ich seh. Moment. Kannst das hier irgendwie kaputt machen? Hier. Das hier. Was ich wissen... Ach lol. Ich kann die doch... Mehrfach wachsen lassen. Okay. Sag ich doch. Cool. Moment. Na, vielen Dank. Dann lass ich sie richtig wachsen. Und was ist mit dem... Was ist mit dem hier? Also mit dem Gestub hier? Lass wachsen. Lass wachsen. So, müsste reichen. Und du kannst dann dich hier... gut, das war nicht meine Schuld. Das letzte Blatt war zu dünn. Du musst dich auf das erste Richter-Rande-Platz abspringen. Und nun? So, kannst du jetzt hier durch dich schneiden? Wo durch? Ich... Da vorne die... Oh... Die sehr auffälligen Blätter. Direkt vor dir. Beziehungsweise vor mir. Offensichtlich nicht. Aber gut. Na, da. Das Grüne. An der Wand. Wo eindeutig ein Durchgang ist. Und du bist derjenige mit nem Messer. Kannst du das angreifen? Ich werde es versuchen. Gib mir eine Sekunde. Oh, was? Hast du eigentlich das Spiel verstanden? Ja, ich mache nur kurz dieses Jump'n'Run hier. Nö. Da komme ich nicht ran. Kannst du springen oder? Dann müsste es noch ein bisschen näher ran. Glaube ich. Kannst du springen und angreifen war meine Frage. Kannst du nicht, oder? Theoretisch ja, aber ob ich da was Treffer... Ja, dann springen und greife an. Versuch's mal. Nein. Das ist schon mal nicht die Lösung. Wissen wir das auch schon mal. Kannst du vielleicht mit deiner Blüte irgendwie hier hingehen? Was die ganze Zeit versuchen. Was die ganze Zeit sagen will. Ja. Schon klar. Das hier irgendwie machen. Aber ich kann nicht. Na? Kannst dich vielleicht hier nur dumm. Kannst dich eintopfen. Und dann mit deiner Blüte dort rangehen. Mit deiner großen Blüte. Mal hier hingehen. Wo, oder? Da war ich jetzt schon, ich glaube, dreimal oder so. Aber gut. Hier, bitte. So weit kann ich. Hm. Okay. Kannst du vielleicht um die Ecke, dort drüber. Hier, wo ich grad hinspringe auf die... Wo wir dort an dem Gebüsch nicht vorbeikommen. Einfach mal hier. Da ein Blätter hinbauen. Ja, da... Hier komm ich genau... Okay. Dann komm ich... Dann komm ich... Dann komm ich... Dann komm ich... Hier komm ich scheinbar einfach drüber. Cool. Dann mach... Dann machen wir das einfach... Machen wir den leichtesten Weg. Bauen wir da einen Weg. Na toll. Warte. Das schaffe ich auch irgendwie. Das war ein bisschen hoch. Aber... das ist... So, ich bin drüben. Jetzt kann ich hier drauf spritzen. Hier kann ich das... Ah ja. Durstiger. Ah, hier kann ich dir. Durstiger. Ah, jetzt geht das auf. Ja, Scheiß. Dann kannst du da durch. Dann kannst du da durch dir... Kannst nicht du da durch? Nee, ich kann mich jetzt hier da... Hier kann ich mich jetzt dran angeln. Okay, cool. Ich kann jetzt auf dir. Ich könnte jetzt auf dir da rüber. Warte, geh mal zu der anderen Insel dort. Ach, okay, so. Ich verstehe, was... Ich verstehe, was... Du musst eine kleine Kurve zu mir machen, damit ich dann auf deine Blätter springen kann. Ja, ich verstehe, was die Idee daran ist. Sicher? Ja. Ich stehe schon. Okay, danke. Ja, cool. Verdammt. Wird nur nichts, weil ich komme sonst nicht rüber. So, hier müsstest du ran kommen. Das wird knapp. Jetzt Doppelsprung auf das... Auf das nähere, ja. Und... Ah, und jetzt habe ich dir... Jetzt geht da die... Das geht jetzt weg. Da kannst du dann durchrutschen. Ja. Genau. Da auch. Jetzt haben wir es. Okay, nächste Pflanze. Gucken wir uns doch erstmal an. Und jetzt brauche ich wieder Blätter von dir. Oder wird es kommen. Guck erstmal an, wo... Wo man hin muss. Okay, du musst einfach hin. Darüber. Dann machen wir mal ein paar Blätter. Ja. Okay, ich bin drüben. Da war ein Pilz. Da kann ich dich... Ja, hier. Da kann ich die... Die Pickel zerstören. Kannst du bestimmt irgendwie rüber. Das sehen wir gleich. Ah ja. Das ist jetzt so ein Ding. Hier kann ich wieder Wasser reinfüllen. In die lustige Pflanze. Ja, Moment. Warte mal. Jetzt zieh die mal weiter runter. Ja genau. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Moment. Ganz transitional. Ja, Moment. Na